Ich bin eigentlich sehr einfach zu verführen. Man kann mich mit Schokolade verführen, man kann mich auch mit Schuhen verführen, man kann mich mit Handtaschen verführen, aber am einfachsten verführt man mich eigentlich nur zwei Dinge, mit Gerüchen. Ich bin aber eine echte Spülnase, nie geraucht, von daher ist da noch alles intakt und zum Beispiel so ein leckerer Vanillegeruch oder der Duft vom Weihnachtsmarkt oder einfach auch so frisch gewaschene Wäsche, also ich bin ein großer Nasenmensch. Mein Kerl und ich haben uns mal gestritten und das ist schon sehr lange her und er hat tatsächlich nur mit einer Kochschürze bekleidet, mich dann bekocht. Das fand ich toll. Was ich zum Beispiel toll finde bei diesem Shooting hier, das ist das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn beim Fernsehen, dass da nicht so eine Riesenkiste mit purem Zuckerzeug steht. An wen richtet sich die Kampagne? An Mädels unter Volldampf wie ich, die gerne sich gesund ernähren, trotzdem auch in der Versuchung nicht widerstehen, wenig Zeit haben und keine Lust haben, die wenige Freizeit, die dann noch übrig bleibt, mit ewig viel Kochen zu verbringen. Aber genießen tue ich gerne und wenn jemand toll kochen kann, finde ich super. Und mein kleines Paradies, wenn du fragst, was ist denn eigentlich für dich totale Entspannung? Das ist wirklich eine heiße Badewanne mit einem guten Buch und einer Tafel Schokolade. Ich liebe Schokolade.